Ich werde nie in der Lage sein, meiner Frau den lieben Stil zu bieten, den sie verdient. Oder mehr Geld, dann müsste ich mir nicht viele Sorgen machen. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Nullen auf einem Scheck gesehen. Ich will ein Baby haben. Ich bin schwanger. Wir sind schwanger. Das Bär hat gedreht. Es gibt ein paar Komplikationen. Es gibt bei Ihrem Ultraschall ein paar Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Das sind Hexen in meinem Gebäude und mein Mann ist einer von ihnen. Sie muss sich beruhigen. Nichts kommt ohne seinen Preis. Sie haben mir versprochen, dass Sie sicher wären. Verstehst du das denn nicht? Sie wollen mir mein Leben. Du wurdest außerkoren, seine Mutter zu sein. Ich kann nicht seine Mutter sein. Sie wissen, Sie können nicht gewinnen. Es ist Selbstmord. Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Der Sohn von Krypton gegen Jörg.